Wie sollte ein wahrer Mann mit seinen Emotionen umgehen? Um das zu verstehen, muss man Folgendes begreifen. Wenn Menschen kurz davor sind, abzutreten und ihr Leben dem Ende zugeht, dann gibt es gewisse Dinge, die sie bereuen. Die Top 3 Dinge, die sie bereuen, sind vor allem folgende. Als allererstes, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein Leben zu leben und nicht das der anderen. Also nicht nach der Meinung der anderen zu leben, sondern meine eigene zu haben, mein eigenes Ding zu machen. Der zweite Punkt ist, ich wünschte, ich hätte nicht so hart gearbeitet. Und der dritte Punkt ist, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle zuzulassen. Und eben genau damit haben unglaublich viele Menschen draußen ein großes Problem. Denn was du dabei vor allem bereust mit diesen drei Dingen, ist, dass du etwas verloren hast, was extrem wertvoll ist. Und zwar deine Zeit. Denn Zeit ist das, was Männer unterscheidet, die gewinnen und die auf der Strecke bleiben. Warum aber? Weil Emotionen dafür sorgen, dass du in der Zeit stecken bleibst und unglaublich viel davon verlierst. Was meine ich damit? Warum sind Emotionen wirklich ein großer Bestandteil dafür, warum du Zeit verlierst? Stell dir einen Veteranen vor, der aus dem Krieg kommt und viel Schlimmes gesehen hat und Szenen in seinem Kopf hat, die er durchlebt hat. Er wird all diese Szenen, die er dort durchlebt hat, mitnehmen und zu Hause wieder erleben in seiner Heimat. Er wird sie immer wieder sehen und immer wieder sehen und immer wieder sehen. Warum? Weil sein Geist einen Schnappschuss gemacht hat von dem Krieg und darauf hängen geblieben ist. Und dieses Szenario immer wieder abspielt und immer wieder abspielt, weil er es nicht verarbeiten konnte. Und genauso haben wir auch gewisse Szenen in uns, die wir nicht verarbeitet haben. Vielleicht nicht in diesem Ausmaß, aber ganz klar gibt es dieses Szenario. Denn sonst würden wir Beziehungen nicht immer wieder und immer wieder und immer wieder auf dieselbe Art und Weise durchleben, abhängig werden von anderen Personen und all das. Was heißt also, wenn du wiederholende Muster bemerkst bei dir, dann ist es klar, dass du gewisse emotionale Wunden in dir hast. Bedeutet also, du kommst nicht drum herum, diese emotionalen Wunden zu reparieren, zu verarbeiten. Denn wenn du es nicht tust, wirst du immer wieder auf der Strecke bleiben. Oder besser gesagt, von der Strecke abkommen. Denn was Gewinner und Verlierer in dieser Sache unterscheidet, ist Folgendes. Wenn du ein Ziel hast in deinem Leben und es erreichen willst, dann hast du eine Strecke, die du fahren musst oder gehen musst. Und wenn du losleckst, gibt es im Leben Dinge, die dich aus der Bahn werfen. Und diejenigen, die nicht wissen, wie sie mit ihren Emotionen umgehen sollen, brauchen eine Ewigkeit, weil sie emotional davon aus der Bahn geworfen wurden, beispielsweise eine Trennung oder sonstiges, eine Ewigkeit, um wieder hier reinzukommen. Und weil sie nicht vernünftig verarbeitet haben, machen sie weiter und werden gleich wieder von derselben Sache aus der Bahn geworfen, sodass sie wieder eine Ewigkeit brauchen. Und was sie dabei verlieren auf dem Weg zu ihrem Ziel, ist unglaublich viel Zeit. Das heißt ja, sie kommen weiter, aber nur extrem langsam. Während diejenigen, die mit ihren Emotionen umgehen können, das hier machen, bumm und wieder rein, weil sie wissen, wie sie ihre Emotionen verarbeiten und wie sie gewisse Dinge auflösen in ihrem Leben, wenn sie gerade auf dem Weg zu einem Ziel sind. Und das nächste kommt, bumm und sie sind wieder drin. Und dir muss klar sein, sobald du eine Sache auflöst in dir, wirst du merken, dass sie sich nicht mehr beschäftigt. Sie wird dich nicht noch einmal aus der Bahn werfen können. Dafür werden andere Dinge kommen, auf deinem Weg. Und auch mit diesen Dingen wirst du dann umgehen können. Und wenn du das kannst, wirst du ganz schnell wieder in der Bahn sein und weitermachen können. Das ist das, was Gewinner von Verlierern unterscheidet, wenn es darum geht, ein Ziel zu erreichen. Deshalb ist es unglaublich wichtig, dass du lernst, mit deinen Emotionen umzugehen und zu akzeptieren, Emotionen anzunehmen. Dafür musst du aber eine Sache verstehen. Um diese Emotionen loszulassen, die in dir sind, die dich stören, musst du überhaupt einen Grund haben dafür, dass sie hochkommen. Das heißt also, wenn du beispielsweise ein Glas hast und etwas reinfüllst, dann wird das Alte, was dort drinnen ist, hochkommen. Warum? Weil du etwas Neues reingefüllt hast. Das heißt, solange das Alte, was eigentlich raus muss, nicht geht und drinnen bleibt, kann das Neue nicht reinkommen und bleibt raus. Denn du wirst merken, wenn du ein neues Leben aufbauen willst, wenn du Gas geben willst, wenn du durchziehen willst, wenn du Ziele hast und dieses Glas füllst, etwas Neues reintust, wie du selbst bist, dein Ding machst, wird es dazu kommen, dass du plötzlich Anziehung hast, eine Frau in dein Leben ziehst, neue Dinge in dein Leben ziehst. Und das ist das Alte. Plötzlich wirst du wieder emotional abhängig. Plötzlich beschäftigst du dich mit Ablenkung. Plötzlich sabotierst du dich selbst und kannst es nicht loslassen. Und was geschieht nun? Das Ganze wird wieder runtergedrückt. Das Alte und das Neue kann nicht reinkommen. Und so kannst du nie dein Leben verändern. Das heißt, du bleibst aus der Bahn und wiederholst einfach immer wieder nur dieselbe Szene. Immer wieder nur dieselbe Szene. Und wenn du das Ganze beenden willst und wissen willst, wie du das Ganze auflösen kannst, deine emotionale Abhängigkeit stoppen willst, herausfinden willst, was du wirklich im Leben haben willst und in die Umsetzung gehen willst, ohne dich ständig rausreißen zu lassen, dann bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ansonsten, wenn es Fragen geben sollte, schreibe sie unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Let's go, Champ. Action.